Nach zweijähriger Bauzeit war es am Samstag in St. Johannenwalde soweit. Das Projekt Easeltrail ist nun fertiggestellt. Grund genug für den Tourismusverband Osttirol mit allen Wegbegleitern, Grundeigentümern und vor allem mit den begeisterten Wanderern ein gemütliches Easelfest die Trail-Fertigstellung zu feiern. Der Easeltrail führt mit einer Gesamtlänge von 73,7 Kilometer von Lianz über fünf Etappen bis hin zum Gletschertor des Umwalkiers. An dieser Stelle darf ich Sie recht herzlich zum Wisselfest 2022 in St. Johannenwalde begrüßen und mich schon jetzt bei der Musikkapelle St. Johann unter der Leitung von Kapellmeister Luca de la Via recht herzlich für die musikalische Umarmung des Festaktes bedanken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Musik